Dieses aufgeschlossene Power-Paket heißt Tiger. Er mag es actionreich und liebt alle Menschen, egal ob groß oder klein und auch alle Artgenossen. Er ist ein super Familienhund, der ausgelastet werden muss. Er kann auch sehr gut zu einem anderen Hund vermittelt werden. Tiger freut sich auf seine aktiven, lebensrohen Menschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017